Ciao, boy belle! Zwei Kupen Vanilla für die Signorin, eine Doppel d'Espresso für Lorenzia, come sempre! Hallo, Anton! Hallo! Na, hast du deinem Schuh was zu essen gegeben? Witzig! Ist das? Was soll schon sein? Geht's deiner Mutter wieder besser? Das ist eine gute Frage, Puntchen. Das würde mich schon mal interessieren. Nächste Woche kann sie wieder arbeiten. Tausendmal hab ich das schon gehört. Doch, ehrlich! Ab Montag kommt sie wieder. Ganz sicher! Ich sag dir was. Wenn deine Mama nicht bald wieder gesund ist, ich muss eine neue Bedienung, Majestelle. Das kann sie nicht weitergeben. Ich komme in die Gefängnis, wenn ich lasse mich weiter hier arbeiten. Soll ich mal was helfen? Ich kann ja mal für euch kochen oder so. So, prego, Signora. Ja, danke. Das mach ich schon. Was hat sie denn nun eigentlich, deine Mama? Na, das weißt du doch. So eine Art Kriffe. Immer noch? Das ist aber eine komische Krippe, die so lange dauert. Bei meiner Mutter ist die eben besonders schlau. Weil sie so eine empfindliche Lunge hat. Und kaputte Bröndchen. Kaputte Broschchen? Bröndchen? Ach, ist doch wurscht. Pappi la papp. Wenn die Broschen kaputt sind, von wegen ist das wurscht. Dann wird hier einfach nicht gesund. Wir müssen mal wegfahren, ans Meer oder so. Für mindestens drei Wochen. Und Mama dürfte an gar nichts denken, was ihr Kummer macht. Das wäre gut. Ja, dann mach das doch. 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 Vielen Dank.